Hi! Kennst du Knossi? Ja. Und wie findest du den? Ich hab gehört, dass er stinkt. Wie sind seine Streams so? Wie findest du die so? Blockiert. Knossi ist nervig. Knossi ist nervig, ganz genau. Immer macht Kopfschmerzen. Ja, der streamt doch nie. Unregelmäßig. Mont ist besser. Du bist scheiße. Knossi ist nervig. Du kannst einpacken. Mont ist viel besser als du.